Hallo, ich bin der Laikon. Ja, und ich bin der Maring. Und wir sind wieder hier, bzw. immer noch. Bevor ich es vergesse, welche Folge sind wir jetzt nochmal? Fünfte, glaube ich. Sichert sich hier? Ich glaube schon. Oh, ich bin bald. So, wir sind auf diesen komischen... Ja, was ist das überhaupt hier, irgendein komischer Berg? Diese komische Wetterspitze stand davon. Wer bin ich eigentlich und wer bist du eigentlich? Und ich sterb schon wieder. Wir werden gerade das Ami zusammen. Dann müssen wir mit Feuermachen sehen. Ich mach hier erstmal put. So, ich sag das eh hier, wie es vor mir ist. Ich mach hier auch Holz. Bis ich mal da hinnehmen. Und jetzt. Bäm, 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 zockt. Geht nicht. Doch, du musst es komplett runterlassen. Jetzt. Was hast du gefunden? Was hast du überhaupt gefunden? Da ist dadurch... Da sind Fische. Gut, ich leg mal hin. Leg mal drauf. Die Liederleuchten kannst du miteinander kombinieren. Ja, wir müssen das nachher mit der Bratpfanne oder was kombinieren oder so. Erstmal müssen wir Feuerwehrbrot. Da Bratpfanne da. Fängt es mit dir, Kompi? Nein, erstmal brauchen wir doch das Feuer schön. Das, 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 das Feuer schön. Einmal Holz hab ich ja schon gefunden. Da ist wahrscheinlich noch so viel Holz drin. Da, genau. Jetzt geh ich wieder dahin und pack das da wieder drauf. Jetzt brauchen wir noch einmal Holz. Oh, Holz, ich will Fisch essen. Hier ist irgendwas. Da muss somebody wieder buddeln. Dann mach ich das. Den Scheiße wühlen. Das kann ich wohl. Na, jetzt wächst gleich ein Baum. Oh mein Gott. Ist das cool, wie schnell das geht, ey? Ja, das ist unglaublich. Kann man jetzt noch was machen, hier? Pem, pem, pem. Okay. Ja, uns gegenseitig zu Brei kloppen. Das kann man jetzt. Das kann man jetzt leuchten, dann möchte man da noch kommen. So, dann habe ich schon mal Tomaten hier drin. Ist das nicht cool? Es fehlt immer noch ein Baum. Stamm, das kann man schieben, da müssen wir irgendwas finden. Ah, schieben. Da müssen wir aber erst was finden. Stopp mal in der Gegend kommt. Da, da liegt schon irgendwas. Wo? Na, hier die Steine. Was kann man denn lange tun? Na, die Däden sich jetzt da drauf. Siehst du das nicht? Oh. Jetzt ist es, die klappt. Das ist ja krank. Jetzt kannst du das scheiß Ding da... Hä? Ich meine natürlich dieses... ...Nur... ...Kannst du das scheiß Ding da... ...Nur... ...Nur... ...So, jetzt bin ich hier durchgekrochen und... ...Nur... Jetzt ist der Bild schon verschnitten. Und ich kriege ich natürlich nicht... ...Kartner hat sich natürlich... ...wieder zurück. Das ist jetzt auch gleich, weil so schön man noch einmal da durchgekriegt. Ja, das ist ganz schick drin, wenn die Spinnenwege nicht werden. Da hinten, da sind Eier. Und genau dieses scheiß Ding wollte ich eigentlich... Ah, da hinten. Ja, ich gehe schon. Du kannst auch so gespringen. Ja, ich bin hier halt der Master. Du bist nur neidisch. So. Oh, man kann nicht runterschrecken. Schade. Na toll. Na toll. Jetzt sagst du im Sand, jetzt will ich es nicht mehr. Das Altboot. Jetzt musste nur... Irgendwie noch... ...den Fisch loswerden. Schmeißen ihn irgendwie weg. Die Frage ist nur, wie... ...die Frage ist nur, wie... ...die Frage ist nur, wie... ...die Frage ist nur, wie... Mach schon mal Feuerchen an. Bööööööööööööööööööööö hüte. Tja... Liegt jetzt den Fisch jeden Fall? Wieipul nie? Auch nicht. Vielleicht muss ich auch die Bratsfanne anwählen? Ey, ist der Fisch doch immer da? Ey, jetzt lief der Fisch doch immer da. Hä, wie hab ich mit dem noch? Keine Ahnung, wie auch immer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir werden alle sterben. Komm, stricken. Wir werden alle sterben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bauern, Bauern, Bauern. Da stand im 13. drücken das ist aber das ist bei mir die Kaste dort wäre das bei dir ich wurde wieder mal Kuhlust war auch zu werfen in der Aufmerksamkeit das Ding das da dann los ja und jetzt springe ich daneben so war das doch getan wir haben auch nicht mal wieder jetzt auch so immer wieder beim Plan ich hab ein genau um das glaubt von der Brüder eine Gummipflanze eine Trampolin das das und durch kommt ich baue dann mal schon was hey ich kann ein Feuer anziehen der Zünd jetzt das 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 auch cool okay alles abgefackelt hierher komme ich mal nach also zusammen hat bis jetzt die meisten Interaktionsmöglichkeiten ja 5 5 also die St die das Ding nicht ganz wichtig ist gerne hätte deswegen mache ich jetzt auch die Pflanze nicht kaputt rein aus und das kann man aufbrechen aber wir sollen an die Dianer auch und jetzt naja ups jetzt was bauen ne Brotdau ja ja ich meine das hier nicht ne das geht nicht ich bin mir nicht oh okay jetzt bin ich guck mal verrägt na wie das bin ich nicht der einzige der das kann so Pam Pam oh 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 wie hoch war oder ne das ist ich muss ne du baust fleißige Baumeister ich mach dir mal Feuerchen ach so genau Bärn Baby Bärn Bärn von Bärn Baby Bärn 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 jetzt haben wir Bärn 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 du musst warten dass ich da weg bin das kann man mir um ein sein unsere Kameraden fallen alle runden aber die Folgen und das wenigstens ja das gute sich kann schon mal pflanzen wenn ihr hier hochkommt Bärn 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 es ist so eine Pflanzen möchte ich auch machen wunderschöne Pflanzen Bärn 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 Zurück, ihr Teufel! ich muss Feuer machen du musst Feuer machen wo soll ich jetzt hin, was euch tun? du musst wahrscheinlich wegrennen ich wegrennen da, da ist was ich kann mir auch Feuer machen tu mir mal so, als ob ich jetzt nicht durchsehen würde was ist das? hier wieder Feuer hier ist irgendwas hier hinten ich weiß nicht, wo du bist, weil das alles so nah ist das war ich jetzt gerade hey, geh weg hier, 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 das ist irgendwas so da, was soll ich? scheinbar musst du noch zu weh machen, oder? ja, lass mir in Ruhe, schön das Feuer schießt ey, mach dich ja wieder kaputt, die Sau dann bau du es auf ja vielleicht soll ich dich so aufbauen und du sollst es anzuholen, oder? keine Ahnung ja, du musst nur... es bringt nicht viel, wenn der daneben stehen bleibt baust du es? warte ich komme jetzt zack, 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 zack profi-boot kommt der hier ich muss die weg ich muss die weglocken, wa? ja ja, renn, mach, geh, versuch oh, geh weg was, J-Taste, okay ja, du musst jetzt J abdrücken, ganz auf ich mach, ich mach, ich mach geh weg ich sterbe ich sehe hier aber keinen weiteren Holzhaufen hier muss irgendwas sein, kannst du hier was machen? ich hab schon versucht, das geht aber nicht schaufel vielleicht die Schaufel hab's schon versucht so ich sehe auch gerade keine Möglichkeit ich kann hier irgendwas schieben oder auch nicht vielleicht hätte man da eine Mietrische aufnehmen müssen ne, glaub ich nicht oder keine Ahnung aber sind die nicht alle an? hier hinten ist noch ein Wagen hier hinten ist noch ein Wagen was ist das hier? ach, das ist ein Speicherstatue das ist ein Speicherstatue das ist das hier da müssen wir die jetzt verbrennen oder was? ne, wir müssen noch zwei weitere Fackeln machen ah, wahrscheinlich ist hier irgendwas also ich kann glücklich nur flüchten großartig hier kann ich jetzt hier nicht machen versuch's wegzulocken, nicht zu mir so, ich guck mal jetzt ich drück schon fern 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 und was könnte man noch zu Holz machen war das mit der komischen Truhe da oben? welche Truhe? kannst du die aufmachen? dein, 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 dein kann mir schlug machen mit wuuh 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 kann er nicht hm aber das ist jemand wuuh 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 was ist das für ein Ding? du kannst speichern bericht wuuh 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 raufschlagen muss? Kannst du mit mir zusammen da mal raufschlagen oder was? Bist nur da. Das sieht doch sehr stabil aus. Ne Bratfahrer. Dann kommt her! Ja. 1,1,1,1,1. Hier sind zu viele Äste. Wo sind Äste? Na da, bei dir. Da waren da so viele Äste. Hier kann ich speichern. Dann guck mal bei dir. Hier ist noch eine andere. Was ist bei dir hier? Da war ich auch schon gewesen. Habt ihr auch gegen geklappt? Alles passiert nichts. Guten Tag. Ja, das war eine kurze Unterweichung, um herauszufinden, wie wir nun endlich weiterkommen. Hier war eine Statue, die man verschieben musste. Ja, und jetzt baust du irgendwas? Jetzt haben wir eine scheiß Lagerfeuer. Na klar. Und das zerhaut dann natürlich gleich. Ich hätte aber nicht gedacht, dass eine Statue aus Steinen aus Holz besteht. Brenn, 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 brenn. Oh. Milliarden. Oh. Auf. Fem. framed. Oh. 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 Na, wahrscheinlich muss ich irgendwie Feuerchen machen. Ich bin wieder draufgegangen. Können Sie jetzt bekämpfen? Nein, ja, du kannst kämpfen. Ich muss irgendwas... STIRB! Pam, 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 pam. Komm zu zieren und lass dann los um zu werfen. Du musst zu ablenken. Echt? Du hast nur ein Stück. Kann ich hier noch? Ne, nur ein Schwert jetzt. Ach so, alles klar. Hä? Das muss man so verbrennen irgendwie, du musst Fackeln bauen, was? Ja, ne, ich zünde gerade an. Ich bin tot. Oh, da bin ich wieder. Die sterben nicht. Muss ich die da drin treiben? Kann manchmal sein. Ich muss erst mal ne Fackel annehmen. Genau. jetzt bringt er um loszünden an die sau du kannst schon mal gucken wo so ne bäume da wieder so komisch hängen hier hängt nichts hier ist wieder ein stein da ist auch ein stein da oben da lasst ihn in Ruhe stirbt bam 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 genau und den nächsten ja jetzt fehlt uns noch hier müsste noch gut dass Argon unbesiegbar ist wie gut dass ich das langsam raus habe bam 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 achso ja das ist... das ist die ja das ist die da trag ihn so auch Ohrmann haben wir uns wieder mal der nicht angestellt er hat er zum Bisschen und war ja ich hoffe dass er sich gefallen hat in der Nähe von der Schaltest die Besorgen haben wir voll verloren und das ist mal bis dahin